Okay. Wenn da schon wieder Munition ist, ne, kriege ich jetzt schon wieder die Krise. Mach da keine Witze drüber. Mehr vor Spuren. Oh je. Hallo. Hey, na bitte. Ich ahne echt Schlimmes. Ich ahne Schlimmes, wir werden sowas von sterben. Helena läuft runter. Ja. Oh Gott, ich hab so Angst. Hm. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ich glaube, es gibt vielleicht wieder richtig viel Ärger. Ja. Schlecht geschlafen. Nein, nein. Nein! Warte, wie stark ist der denn? Ich weiß nicht, von wo ich beschossen werde. Schlecht! Wow, das ist zu nah. Sorry, dass ich gerade leise bin, oh Gott, da sind ja auch noch zig Typen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sorry, dass ich gerade so leise bin, ich bin. Fuck sind da viele. Oh mein Gott, das sind viel zu viele, wie soll ich das denn schaffen, muss ich jetzt wieder alle machen? Ich habe keine Chance, ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll, alle. Oh Gott. Das sind viel zu viele, das schaffe ich doch nie mal. Das sind viel zu viele, das sind viel zu tun. Oh Gott, das ist viel zu tun. Oh Gott, das ist viel zu tun. das sind viel zu viele ich krieg es nicht hin oh mein gott ich krieg es nicht hin ich probier es mal hier irgendwie zu sein ok wo kommen die die ganze zeit her alle die 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 Okay, das sieht schon besser aus. Okay, die Waffe ist gut. Haben wir es geschafft? Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, welche Tür wollten wir aufbrechen? Ich habe keine Ahnung mehr, wo Elena jetzt ist. Ui. Gut, das haben wir aber dann doch. Also die Idee, da hochzugehen, war glaube ich gut, weil die Kisten besser waren als die Wände. Die Kisten haben mehr ausgehalten als die Wände. Das war gut. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Du und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Jetzt ist der doch auch böse. Boah, und jetzt gucken wir mal, was die nächste Tür bringt. Okay. Vielen Dank.